Auflegen, gell? Jaja, das weiß Okay, tschö schon einen schönen Strom verschwenden Oh mein Gott Hier ist Geh erst mal zum Leuchtturm Slender Gehst erst mal in den Leuchtturm und lass mir die Eier beleuchten Datum hat zu gesagt Der sieht so zwei Runde Dinger am Himmel Und dann kommt Egg- und dann kommt Eggman. Eggman wird gebraucht. Eggman, Eggman. Eggman. Gott, was verzapp ich dich schon wieder, finde ich scheiße. Irgendwie. Wenn ich für ein Rob bin, muss ich dir helfen, komm. Oh scheiße, dann komm mal. Ja, ich bin auch wundervoll. Und helf mir meine Eier zu bauen. Nein. Du darfst sie immer anstoßen. Ja. Danke. Ich hab mich gern fühlen an deiner Stelle. Ja. Doch sehr. Toll, ich bin in der Wüste auf dem... auf dem Weg. Dieser Weg wird leichter sein. Dieser Weg wird sterben nicht unschwer. Dieser Weg. Nein. Wobei er gut ist am Start. Man kann hier noch hoch und um keine Kiste, na toll. Bei welchen Koordinaten bist du denn? Hm. Ich bin bei 1810. Ah, ich bin bei minus 800. Hm, toll. Hast du was zu essen? Nein. Ich bin gerade neu gespawnt. Ich bin gerade neu gespawnt, weil ich gestorben bin. Ach so. Nein, da ist wieder jemand. In der Burg. In Christiburg. Hm. Christiburg. Ach, da ist ein Zombie. Oh, hi Zombie. Oh Gott. Ähm. Komm nur, komm. Vielleicht, danke. Nein, nein. Aber schon wieder so ein mieser Fallen zu machen. Nein, nein. Nein, nein. 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 просто. Nein. 되는 Lithium Park. Und? Zweimal Transitiv. Blind Economic�� noch mal. Einmal rum. Zwei mehr. Ergibt fünfmal. Ja. Genau mein Kind. Dafür, dafür kriegst du jetzt nur drei Schellen. Oh, noch einmal Premium, so Zombie. Ach, ich Krieg's schon wieder nur noch zwei Herzen. Oh, Michael Oman. Jetzt blieb ich mal, äh. gewagt und tötet den Zombie hier ich hab zwei mal rote Farbe rote Farbe ist wenn du jemand anderen verbindest oh Gott das stimmt so ein Baum und ich hab Kakaobohnen bekommen ihr seht mich nicht ja dann schreiten wir mal die Treppe des Niveaus hier rauf und reißen direkt wie dein Flachenwitz dann müsste es noch mal wieder rufen und rosenrot so rot wie ein Niveaus so gelb wie mein Uri guter Vergleich hier war doch gerade noch eine Kiste die ist aber dann gerade verschwunden als ich da war oh hier hat jetzt einen Bogen? ja jetzt wusste ich hier war doch gerade eine Kiste hm von Kakaobohnen so gut so gut so gut oh wer ist Kronk? oh er rennt Kronk da rum Alter was war es eigentlich für ein scheiß Plug-in heute gemacht hast ey das ist cool damit kannst du jeden Spieler ich hätte auch eine Figur von dir dahin machen können die sehen dann auch so aus wie du du musst halt nur einen Namen richtig schreiben dann äh wird die genau zu der Figur mhm das heißt hätte ich doch nicht weil ich hätte auch Saratha oder hätte ich den Namen von Peacegood mal gewusst wie ich den auch da hinstellen kann ja dann hat er kein Skill aber nur wenn man die gekaufte Version hat ja und wir haben ja die gekauft aber wir legale sind ja wir sind legal ja nicht stärker ja nicht stärker da ist er wow steht immer auf dem Dach und bloß seine Sachen runter gib mir noch mehr oh ja gib mir noch mehr oh gib mir noch mehr was b b b b b b die und er hat aufgelegt Bauern und klub ist es nicht ein unglaublich hässliches Haus ja hier sind irgendwie alle Häuser hässlich oder was was ich würde gerade von dem Geist angegriffen gibt es auch Geister hin meint meint nö oh geil ich hab einen Bogen und noch einen Steinschwerter also jetzt habe ich drei Steinschwerter die werde ich jetzt mal zu einem zusammenlegen da und da ein gut Steinschwerter strecken ja denn wir haben heute schon sehr viel aufgenommen gearbeitet da rennt der Zoom über mir grad durch Boden I the church mit du bist die Kürze spieler schlagen ja nicht du doch ja doch doch schon getötet Wuppalla ich hab ihn getötet und Alter aber mir nicht hätte ich immer äh ich komme nicht rein ja die hatten einen Auge gehabt oh mein Gott dann welche ist auch das immer vorwenden um den Leuten zu zeigen was ein Ende Auge kann ich komme nicht in die zera rein weil du ein nude bist coolen müssen draußen bleiben snowball und das hier snowball und hat gerade mir ja auch das hat irgendwie gepasst für die katze der neue jahre so jetzt zeige ich mal was er in der ober kann mit dem offen dass er gerade auf die bude da rennt und hoffentlich nicht weg rennt nämlich das hier und boah ich sehe es auch ganz dumm aus aber so vielleicht komme ich mal ein tor scheiß die wand an was hast du getan lol was hast du getan 3 der hat so viele items und viele aber so richtig interessant ich komme ich jetzt wieder rein ich möchte das ding ja da die sachen nein oh gott ich habe noch jemanden getötet ich bin wie das hier gerade abgeht ich bin nach zwei stunden ich werde einfach stehen bleiben und warten sie Leute rein wollen die sich die Eitens holen ihr Gratis Deutelten ich bin wieder im Wald wobei er schützt und schätzt die Güte solch die Schaufel auch noch mit von euch weiß ich wozu man die Schaufel braucht und einfach so lange mit ist ein bisschen inventarvoll ist und du siehst du wirklich mit mir aus ich habe einfach mal die Aufnahme unterbrochen Alter ich werde mich jetzt hier sofort verpinkeln denn das wird mir ein bisschen zu ungemütlich wenn hier so viele Items auf dem Boden liegen Alter da liegen so viele Items er muss in Richtung Norden gegangen sein ich habe aber noch eine Schaufel dabei Alter will ich hier gerade abbiegen ein paar Spiele hintereinander ja so geht das die Eitens auf dem Boden liegen die Freunde den nächsten Mal vorbeikommen ja wo bist denn du? ich bin bei 1753 ich bin bei 3650 als er steht viel Spaß beim Laufen beim mit läutere 13 bis 13 bis 13 bis was ist das? 3 bis 13 Frau das ist bei mir Moment für Ich habe nicht gott Mike.